So, noch eine Woche, dann kommt auch schon Fallout, das neueste Universe Beyond Crossover von Magic the Gathering. Und ich will heute mal mit euch über die Commander-Decks sprechen. Commander-Decks kosten um die 160 Euro, hier seht ihr es auch einmal, bei Card Market auf Deutsch 158, auf Englisch 159 und, kleiner Plug, an dieser Stelle bei jkentertainment.de kriegt ihr sie sogar noch günstiger, ich glaube für 151. Und, ja, es gibt vier Stück, wir schauen uns gleich mal alle vier an, was der Wert dieser vier Commander-Decks ist. Sie kosten, wie ihr schon gesehen habt, 160 Euro, also im Schnitt 40 Euro für ein Commander-Deck. Wir haben Scrappy Survivors, Red, Green, White mit Dogmeat Ever Loyal als Commander. Mutant Menace mit dem weisen Mottenmann. Heil Cesar mit Cesar, Legions Emperor. Und, ähm, Science mit Dr. Madison Lee als Commander. Die vier Commander-Decks gibt's und... MTG Goldfish gibt hier immer mal Preise an, die werden noch aktualisiert. Vor einer Woche zum Beispiel war eins davon noch bei 200 Dollar. Kann ja schon jetzt sagen, keins ist mehr bei 200 Dollar. Und ob das eben auch auf den deutschen Markt zu übertragen ist, das schauen wir uns gleich an. Science, das ist das mit Dr. Madison Lee. Äh, Jeskai-Farben, blau, rot, weiß. Und, ähm, gucken wir mal kurz rein, was sind denn hier so die teuersten Karten. Wir haben einmal den Commander für vier Euro, oder Dollar in dem Fall, ne, vier Dollar. Spannend ist, Synth Infiltrator. Fünf Mana Artifact Creature Synth. Null Null Improvise. You may have Synth... Gott, ich hasse TH. Infiltrator enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield, except it's a Synth Artifact Creature in addition to other types. Ah, okay, ist halt ne Kopie. Okay, kein halbklasse Spell, aber du kannst es halt günstiger bezahlen. Ähm, noch was Spannendes. Lightning Greaves, 5 Dollar Karte. Ähm, Nuka Cola Vending Machine. Drei Mana für eins tappen. Create a Food Token. Whenever you sacrifice your food, create a treasure token. Okay. Recycling von Food Token. Ziemlich cool tatsächlich. Ich glaube, das wird ein Staple in Commander. Also, zumindest in Commander, die Food und Treasure Token nutzen. Dann haben wir Panamonicon, 5 Dollar. The Pryden Steel Flagship, 2,60. Over Encumbered. Ähm, Weiß. Enchantment Aura, Enchant Opponent. Create a Clue Token, a Food Token, a Junk Token. Okay. Also passt zu den Tokens. 5 Dollar, 5 Dollar, 21. Und die Mana Base ist jetzt nicht so spannend mit so Karten wie Clifftop Retreat, Ferris Lake, ähm, ja. Und Treasure Vault. Ansonsten dann die Karten, aber halt Artefaktkarten, weil wir ja Artefakte in diesem Deck haben. Okay, 130 Dollar. 4 Mythic Rares, 46 Rares, 25 Uncommons und 12 Cummins. Und laut dem Wursatzartikel ist in Science 38 neue Magic Karten enthalten. Und was man auch dazu sagen muss, ähm, alle Basic Länder, und wir haben ja hier Mountain, ähm, Plains und, ähm, Inseln, haben dieses Fallout Artwork. Full, also in Non-Foil und in den Collector Boostern können sie in Search-Foil kriegen. Zwei verschiedene Plains, zwei verschiedene Islands, zwei verschiedene Swamps, zwei verschiedene Mountains und zwei verschiedene Forests. Ist da überall der Hund drauf? Ja, auf den linken ist überall der Hund drauf. Ne, hier nicht. Ja, ähm, also das ist auch was Besonderes, ne? Am Ende sind die halt mehr wert als nur 2 Cent, wahrscheinlich 50 Cent oder 1 Euro. 38 neue Karten, das heißt 62, ähm, Karten, die... ein Reprint sind. Weiter geht's mit Mutant Menace, 142,54 Dollar, nur 3 Mythic Rares, aber dafür 51 Rares, 23 Uncommons, 8 Cummins. Und, äh, 41 neue Magic Karten. Das ist krass, das ist fast die Hälfte. Äh, The Wise Mothman ist hier der, äh, Commander, schwarz, grün, blau. Wir haben Karten über 5 Dollar Feral Ghoul, 3 Mana Creature Zombie Mutant, ähm, Rampagee. King Yao Gai, äh, Creature B, Bär Mutant, ein Bär, vielleicht auch was für ein Bärenkommander. Ähm, Watchful Red Stack, Elk Mutant, also ein Elch Mutant. The Master Transcendent Legendary Artifact Creature Mutant. Okay, das sind halt Mutanten, ne? Machen wir uns jetzt nichts vor. Ähm, Nuclear Fallout, save auch eine neue Karte. Each Creature Gets Twice Minus X Minus X Until End of Turn Each Player Gets X Red Counters. Okay, ein, ähm, Boardwipe. Red Storm, 4 Mana, Instant Storm, Proliferate. Krass, okay, du kannst so oft proliferaten, wie du Storm Counter hast. Ähm, gibt's noch mal krasse Artefakte? Ne, hier ist kein, kein Lightning Greaves drin, Soaring ist drin, Arcan Cygnet ist drin, kein Nuka-Cola, ähm, Automat. Aber dafür 3 Talismana. Dann haben wir noch Harden Scales, äh, 1 zu 90, Branging Evolution, 7 Dollar. Guardian Project, 10 Dollar Karte. Inexorable Tide, 683. Mana Base, Drowned Catacomb, Nesting Grounds, Overflown Basin. Und das waren, und eine Woodland Cemetery und Viridescent Bog. Das sind die, äh, ja, erwähnenswerten Karten hier von Mutant Menace. Heil Cesar, 124 Dollar 72. Zwei Mythic Rays, noch eine Mythic Ray weniger. 51 Rears, 27 Uncommons, aber auch nur 6 Cummons. Und es sind 37 neue Karten. Unter dem letzten Scrapsy Survivors werden dann 38 neue Magic Karten enthalten sein. Das günstigste bisher mit 124 Dollar. Wir haben Cesar, äh, Legion's Emperor als Commander. Ist das Mardu? Äh, Rot, Weiß, Schwarz? Ich glaube. Wir haben Craig Boone, Novak Guard, noch eine Kreatur. Vielleicht ein alternativer Commander, ist auf jeden Fall legendär. Mh, Mr. House, President and CEO. Legendary Artefakt Creature. Wir haben Pitiless Plunderer, 4 Mana, Creature Human Pirate. Treasure Token. Gibt's hier Artefakte? Ne, das sind erstmal Spells. V-A-T-S, okay, 5 Dollar Karte. Skull Clamp, 766, Sol Ring und Akin Signet. Auch drei Thalismänner drin. Und ein Charisma Bobblehead und ein Luck Bobblehead. Bobble? Ja, Bobble, nicht Bubble. Fervent Change, eine 3 Dollar Karte. Und Black Market ist drin, 5 Dollar 60. Ja, war auch in einem der letzten Secret Lair, warum dann noch nicht in dem Deck hier. Desolate Maya, 4 Dollar, Diamond City, 2 Dollar, Isolated Chapel, 2 Dollar, Tainted Peak, 2 Dollar. Ja, das sind so die Karten hier aus Heil Caesar. 124 Dollar, 72. So, dann haben wir Scrappy Survivors, 136,63. Das ist mit Dogmeat, dem Besten aller Hunde. Rot, Grün, Weiß. Legendary Creature Dog. Mill 5 Cards, then return an Aura or Equipment Card from a Graffiti to a Hand. Also ein Aura oder Equipment Card. Tin Deck. Ja. Drei Mythic Rares, 47 Rares, 27 Ankerments, 10 Ankerments. Eine Spezial. Und eben 37 neue Karten. Was sind denn hier die Heavy Hitter? Gibt es hier was über 5 Dollar? Oder Preston Garvey Minuteman ist eine 5 Dollar Karte. Heroic Intervention, 10 Dollar. Pipboy, 3000, 10 Dollar. Dann haben wir ein paar 2, 3, 4 Dollar Karten. Keine Artefakte, die was wert sind. Ach doch, das waren ja Artefakte. Ähm, Idolized, 3 Dollar. Well Requested, 4 Dollar. Strong Back, 6 Dollar. Alles so Enchantments. Noch eine Almost Perfect, 4 Dollar Karte. Und die Länder sind nicht sonderlich erwähnenswert. Rootbound Crack, Sunpetal Growth und Sunscorch Divide sind so die Karten, die hierbei rauskommen. Also wir haben 137, plus 125 sind 262, plus 143. Sind 405? 536 Euro. Sagt MTG Goldfish ist es wert. Das wird es natürlich nicht sein. Ihr habt es schon gesehen, es kostet 160 Euro bei Cardmarket. Wie sollen da 500 Dollar drin sein? Und ich will da heute mal anders an die Sache rangehen. Und zwar schauen wir uns die Einzelkarten an. Und, ähm, ihr bezahlt 160 Dollar. Und ich hab's mir schon ausgerechnet. Allein mit den Karten über 1,50 Euro hier ab 1,50. Und das ist meistens sogar günstig, ne? Guardian Project als Universus Beyond Fallout Karte. 7,56 Euro. Ja, okay, hier ist jetzt 7,57 Euro. Aber meistens ist dieser günstigste Preis irgendwie aus Griechenland oder Frankreich oder Italien. Und aus Deutschland eben noch ein Tick teurer. Und, ähm, mit diesen Preisen hier, 7,56, 7,23, 6,69, 6,16, 6,15, 5,91, etc. Braucht man 20, 40, 41, 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 58 Karten von den 400, die ihr bekommt. Und ihr kommt auf 175,91 Euro. Also alles über 1,50. Ziehen wir 5% von ab. Sind wir schon bei 167,11 Euro. Das heißt, alle Karten über 1,50 schenken euch die anderen 342 Karten. Wo auch wirklich coole Basic Länder drin sind. Diese hier, ja, habe ich euch gerade schon gezeigt. Und was auch ziemlich cool ist noch. Wir haben noch 10 Tokens, ne Deckbox, ne Lifetracker und Collector Booster Sample Pack. Und das schauen wir uns jetzt an. Fallout Collector Booster Sample Pack. Was ist das wert? Stand, okay, das ist ein Collector Booster? Ne, das ist ein Sample Pack. Stand heute 20 Euro. Das ist natürlich Quatsch. Aber schauen wir uns mal andere Sample Packs an. Weil die Dinger haben ihren Wert. Vielleicht Doctor Who oder so. Doctor Who ist vergleichbar. Doctor Who Sample Packs sind 5 Euro wert. Ihr kriegt noch 20 Euro in Sample Packs dazu. Das heißt, plus 20. So bei 186 Euro mit 58 Karten und den 4 Collector Packs. Ich möchte, deswegen wollte ich heute das Video auch veröffentlichen. Ich habe hier mir ein bisschen was gekauft. Und hier sind wir. Ich möchte dieses Video auch dafür nutzen, um in einem halben Jahr oder drei Monaten, wann auch immer, mal zu schauen, wie sich das entwickelt hat. Ich verticke die Dinger. Und wir haben jetzt hier 130, 93, 142, 54, 124, 72 und 136, 63 verewigt. Und wir schauen uns jetzt mal an, was das so machen kann. Kann man mit Commander Decks aufreißen, verkaufen, Gewinn machen? Natürlich gewerblich. Natürlich ist das keine Finanzanlage, Empfehlung, bla bla bla. Aber kann man in 2024 noch Decks aufreißen und damit Gewinn machen? Experiment startet jetzt.